Hallo und herzlich willkommen bei diesem Bitwig Sampler Tutorial. In diesem Tutorial geht es um den Textures Modus, der eine gewisse Granularsynthese ermöglicht. Eine Granularsynthese macht, ganz vereinfacht gesagt, nichts anderes als ein Sample zu nehmen und in kleine Grains aufzuteilen, deren Größe man definieren kann. Und diese Grains können wieder linear hintereinander abgespielt werden. Dann klingt das so ein bisschen wie das Original-Sample. Mit diversen Modulationsmöglichkeiten kann man das auch verändern. Oder man spielt die Grains auch unter Umständen komplett chaotisch, also in nicht Reihenfolge ab. Wie sowas klingen kann, ist ungefähr so. Während das Original so klingt. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. So, ich habe hier mal ein Drum-Sample in den Sampler eingeladen. Und das Ganze klingt so. Ganz normaler Drumbeat. Das ist im Repitch-Modus. Und wenn ich das jetzt im Texture-Modus einfach abspiele, dann klingt das so. Man merkt, dass das schon so ein bisschen klein sich anders anhört. Nochmal zum Vergleich. Irgendwie als wäre da so ein Echo drin. So. Und ich habe jetzt hier in dem Sampler in dem Textures-Modus, das ist der dritte hier unten, habe ich im Gegensatz zu dem Repitch-Modus, wo ich hier diesen Speed-Regler habe, habe ich im Texture-Modus einen Speed-, einen Grain- und einen Motion-Regler. Der Speed macht nichts anderes, als was ein Speed macht, nämlich Geschwindigkeit regeln. bis hin zur völligen Stillstand oder zum Rückwärts abspielen. Und man hört schon ein bisschen, was passiert. Die Grain-Size hier ist auf 65 Millisekunden. Da gehen so die Meinungen auseinander. Es gibt Leute, die sagen, beim Granular-Synthese ist die Grain-Size 50 Millisekunden, andere sagen 100 Millisekunden. Bitwig bietet hier 300 Millisekunden an, wenn man möchte. Variabel einstellbar. Und diese Grain-Size sind, wie gesagt, kleine Einteilung des Samples, also kleine Körnchen. Wenn ich zum Beispiel so ein Körnchen nehmen würde, es spielt es jetzt hier natürlich linear ab. Ich kann den Play-Cursor mal hier hinpacken und versuche mal den Speed auf 0 runterzustellen. Minus 0 geht auch, wie auch immer das funktioniert. Und die Grain-Size ist jetzt 100, nee, 18,1 Millisekunden. Wenn ich die runtersetze, wird das natürlich immer kleiner. Und da das Sample in dieser theoretischen Geschwindigkeit von minus 0 abgespielt wird und das Sample aber immer kleiner wird, muss er den gleichen Abstand quasi mit dem Grain füllen. Also ich sag mal, hier hätten wir hier wie soll ich das ausdrücken, diesen Bereich zum Abspielen. Ich habe aber nur so ein winziges Teil an Grain zur Verfügung. Da muss er das ja immer wieder lupen, dass er das hier über den gesamten Bereich abspielen kann. Das heißt, hier weiter runter ich gehe, wenn ich jetzt so ein Grain von einer Millisekunde habe, spielt er halt einen ganz kurzen Teil hier dieses Samples ab und macht das halt über einen bestimmten Bereich. Das heißt, das Original-Sample kann ich so, das ist wie so ein One-Cycle, kann ich nicht mehr erkennen. Wenn ich natürlich die Grain-Size größer mache, höre ich so die einzelnen Anfänge. Und das spielt er mir jetzt immer schön linear ab. Drehe ich jetzt an dem Motion-Regler. Der Motion-Regler, das steht unten auch in der Systemleiste, sagt, er bewegt mir den Playhead, also das hier. Und das bewegt er in einem zufälligen Modus so ein bisschen. Das heißt, es ist ein bisschen schade, dass man das nicht sieht. Aber jetzt bewegt er quasi in diesem Bereich, sage ich jetzt einfach mal, bewegt er den Playhead-Cursor irgendwo hin und spielt diese einzelnen kleinen Cranes ab, die ich hier definiert habe. Das geht auch schneller. Und je kleiner ich die Cranes dann mache, desto rauschiger wird das Ganze. Weil er jetzt halt wie wild durch die Gegend springt und gleichzeitig noch den Playhead-Cursor hin und her schmeißt. Jetzt habe ich ein anderes Sample genommen, das habt ihr ja gerade vorhin schon gehört, nämlich dieses hier. So, und da habe ich jetzt mal ganz einfach den Text da drüber gelegt und habe dann zweimal einen D-Esser drauf gemacht. Deshalb klingt das so, als würde die Stimme lispeln. Aber es ist einfach angenehmer für die Ohren erstmal. Und dann bin ich hingegangen und habe bei diesem Texture-Modus das gleiche nochmal genommen. Habe ein Voice-Stacking hier hinzugefügt. Mit dem Voice-Stacking die Rate und die Filter-Frequency so ein bisschen verändert. Dann habe ich drei LFOs, einmal einen Random-Modulator. Auf die Grain Size gelegt. Und einen anderen Random-Modulator auf die Position hier. Und einen LFO, der mir noch den Playhead zusätzlich bewegt. Und man sieht hier auch schon gleich, wie der sich hier bewegt. Und wenn ich jetzt eine Taste drücke, dann hört sich diese Stimme von eben, die hier, hört sich jetzt nämlich so an. Und ich kann das jetzt natürlich auch noch hier von Hand bewegen. Also wenn ich jetzt dieÖ, denke ich sie einfach so an, was man tasting diese Stimme von Himmels muss sein. Der Modus eignet sich nicht immer unbedingt zum Spielen, zum Direkt spielen, aber wenn man solche verschiedenen Samples hat, sei es jetzt so ein Drum Noob oder Stimmen oder was auch immer, kann man die Granularsynthese nehmen, um Sounds zu erzeugen und die nimmt man dann am besten auf und sucht sich dann quasi die Stellen raus, mit denen man dann auch spielen kann. Eine kleine Sache noch bei diesem, wenn man hier zum Beispiel hingeht und die Geschwindigkeit reduziert, dann hört man so einen Effekt, den kennt man vielleicht aus dem einen oder anderen Film. Diese roboterhafte Stimme. 3 ... 4 ... 5 ... 5 ... 6 ... Schalten wir mal so ein bisschen Effekt hier ein. Und kleine Bewegungen sind oft besser. Und kleine Bewegungen sind oft besser. Ja, da kann man eine ganze Weile damit verbringen und wirklich sehr seltsame, psychotische, teilweise aber auch wirklich schöne Sounds erzeugen. Und das könnt ihr alles mit dem Texture-Modus machen. Ich habe hier unten, das hatte ich nicht erwähnt, als ich das alles hier moduliert habe, habe ich natürlich den Freeze-Knopf gedrückt, damit ich auch hier diesen Playhead tatsächlich modulieren kann. Und wenn ich den nicht drücke, wie zum Beispiel hier, dann spielt der, wenn ich die Taste drücke, je nachdem, was ich für einen Speed eingestellt habe, geht einfach durch. Und wenn ich natürlich den Freeze-Knopf drücke, dann kann ich den Playhead irgendwo reinstellen. Und an dieser Stelle eben die entsprechenden Grains spielen. Aber es hat wesentlich mehr Effekt, wenn man beim Sampler dann das Voice-Stacking anschaut. Weil es müssen nicht alle fünf Voices sein. Und dann so die einzelnen Parameter ein bisschen moduliert. Und mit der Modulation so ein bisschen rumspielt. Wie schnell und wie viel. Und dann vielleicht selber noch manuell an den Knöpfen rumdreht, um einen gewissen Sound zu finden. Und natürlich ist es dann wirklich von Vorteil, wenn man hier dann eine Audiospur mitlaufen lässt, die aufnimmt. Sodass man dann, wenn man was Tolles gefunden hat, das auch später dann vielleicht in den Sampler wieder reinschmeißt, um da mitzuspielen. Oder es einfach so als Ambience-Sound in den Hintergrund legt. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Ideen mitnehmen können. Und habt so eine Idee bekommen, was der Textures-Modus oder beziehungsweise Granularsynthese so macht in Bitwig. Und ihr könnt jetzt so ein paar sehr psychotische Sounds erzeigen. Okay, das war es. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.